Hallo, hier ist es wieder mit SportXY, einfach mal ziehe, jetzt geht es weiter mit Skeptmechanik Survival Teil 219. Was sind denn? Was haben wir hier? Der Pampa. Oko wow. Wir suchen den Weg nach Hause, eigentlich zum Raumschiff. Eigentlich zum Raumschiff, aber ich will unterwegs auch noch etwas erkunden. Also, da brauchen wir nie lang fahren. Ich fahre mal hier nach rechts. Richtung Raumschiff möchte ich noch gerne fahren. Aber nicht den Weg, den wir hergekommen sind, sondern einen anderen Weg nach Hause. Ich brauche eine Badewanne zum Beispiel. Wo finde ich meine besten Badewanne? Unterwegs. Dummer Badewanne klauen. Ok. Ok, wir müssen darüber. Ich kann euch mal Licht anmachen. Wir hatten Licht angehabt. Ich glaube hier waren wir schon mal. Oder? Oh, das ruckelt. Oh, sorry. Oh, das ruckelt. Oh, das ruckelt. Oh, sorry. Finde ich geil. Ok. Also erst anhaltend, dann aufsteigen will sie. Genau hier waren wir mal schon. Ohohohoh, wo ist er? was der andere typ oder zwei gewesen oder nie habe ich nie zwei gerade gesehen gehabt ich dachte ich hätte zwei gesehen genau hier oben ist das und hier oben war man schon da war man schon gewesen da war man schon gewesen Was ist das? Was ist das? Wir kommen immer weiter. Wir müssen ja eh zurück. Also Autorennspiele fahre ich auch lieber in der Ego-Perspektive manchmal. Bloß hier ist es sehr unübersichtlich. Das hängt aber von meiner Bauweise zusammen. Ich pass glaube nie auf den Weg. Kann man davon ausgehen. Ab hier waren wir ja schon mal gewesen. Ich bin bei Obo nach so einem alten Sack unterwegs. Aber wir fahren Richtung Raumschiff aber erstmal nach Hause. Weil Raumschiff war ja gleich in der Nähe von uns. Wir waren ja gar nicht weit weg. Wie viel Benzin haben wir noch? Es reicht. Dadurch, dass wir eh nicht viel ziehen, verbrauchen wir nicht so viel Benzin. Wir sind zwar schwer, wir sind Schlapper. Und die müssen ja auch schwer sein, dass sie was ziehen können. Dass sie das Gewicht besser auf die Räder kriegen. Und die Kraft eher die Kraft. So wie fahren wir jetzt? Ich weiß, ich fahr ja schon mal. Ich weiß, ich fahr ja schon mal. Natürlich ist es wieder duster wie im... Ja. Duster halt. Okay, jetzt ist es ne Frage. Kommen wir hier raus? Nein. Das ist immer eindeutig zu breit. Okay, warte. Warte. Warte mal. Warte mal. Okay, nur mehr Bass. Okay. Ich mag es nicht, wenn die so übertrieben schnell sind. Das ist natürlich kein Rennauto. Oh, was leuchtet denn da? Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Die Wagen eh immer noch so schnell finde ich. Ich mag es nicht gleich zu Hause sein. geht nicht kaputt aber ich mit der karte umköpfen kann ich will mal probieren ob ich mit der karte umköpfen wenn so ringel fahre im moment es hält hast anhalten dann umschalten ich glaube da sind wir noch zu breit ich will jetzt wissen ob wir zu breit sind oder ne umköpfen im moment wir sind noch zu breit und das gewicht ist zu weit unten das ist so unrealistisch das fetzt die das fetzt sie es war lustig aber ja kommt nie dahin selbst ist es noch zu schnell okay selbst das ist für einen schönen schlepper noch so schnell schätze ich mal oder die kraft war ja daran bloß die räder rutschen jetzt machen wir doch mal den schnellen gang hier nehmen moment was man müsse manche antriebe ausschalten können aber wir können ja auch mal holz wollte man das haben mal zwischendrin jetzt sind wir vorbeigefahren an holz nicht an holz sondern an holzkohle na gut aber wir wollen ja eh zum raumschiff fahren und dann hat er wieder keine kraft mehr die müssen die motoren regeln so dass er die kraft da ist oder so und und die schnelllichkeit begrenzen oder so oder eine art getriebe hinsetzen damit die kraft vom motor umwandeln kann in kraft oder geschwindigkeit oder was in der art halt und wie gesagt das haupt kritik punkt ich sag es immer wieder sind die räder die haben reibungs widerstand von von plastik laut any so wir fahren zum raumschiff wie viel benzin haben wir noch aber wir sind halb voll in not haben wir ja noch einen zweiten tank da ist glaube ich noch was drin oder ich weiß es gar nicht mehr das hauen hat mich schon immer gestört ok hier geht es mal weiter nein ja naja ja ja früher noch wo ich noch jünger war hätte ich auch keine hierher gebaut du kannst das näher oben drauf bauen die dinge die wie heißen sie das brauchen wir nicht na die erde kann man die oben hinsetzen mensch jetzt hat's gurgelt wollen wir bis hoch nehmen wir gehen erstmal zum raumschiff wenn dann noch zeit ist kann man ja nochmal überlegen ok nein 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 eh so ich könnte machen wir ein halrad rein und dass man bestimmte rät an und ausschalten kann das wäre auch noch cool mit dem getriebe halt ja Ok. Ok. Wir drehen das mal um. Da kann man hier eigentlich auch schon die Holzkohle mitnehmen, oder? Benötigt Energie. Ok. Wo haben wir denn die? Bett? Tasse? Wir nehmen die Tasse noch mit. Wie kann man das Feuer jetzt gelöscht? Ok. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok. Wir benötigen Energie. Wir brauchen so eine scheiß Lampe. Äh, Batterie. Ich glaube, wir hatten keine Batterie mehr gehabt. Wir müssen zurück. Wir fahren zurück zur Werkstatt. Wir werden die Batterie ausbauen. Ich glaube, wir bauen uns dann noch ein Fahrzeug für kleine Fahrten. Also. Bei den Großen ist es doch manchmal ein bisschen sehr kompliziert. Ich bin ganz normal. Das war absichtlich. Und dann eine Frage, kann man die Batterie wieder ausbauen? Ich sage jetzt erstmal Tschüssi und bye bye, euer Mülzi.